so vielleicht kann ich mir meine waffe schon gut leute aber das war's mit diesem part wir haben den barriott gefangen und gehen beim nächsten mal an die nächste mission hier lasst uns jetzt das kommentar daumen nach oben und die zuschauer von kurz bleiben hoffentlich drauf bis dann euer wolf und auch meine zuschauer bleiben da wenn wir mal ganz schnell ne sonnig mission machen immer gern machen ist ausgewählt er muss ja mal kurz meine meine kollegen wieder los schicken meine monster jäger wo schicken wir sie hin da schicken wir sie hin und ich will die buddies wählen die katzen jagen diesmal mobo poseidon na poseidon nicht obwohl poseidon darf auch und nakiri wenn du es nicht beikommt gehen wir ohnehin ich bin schon unterwegs muss er versuchen in den zwei minuten die 200 ringe zu fangen alleine sammeln ja alleine ja nein tut mir das nicht ja doch so schnell noch was zu trinken genommen was ich vorbereitet hatte damit das soll ich mal bereitstellen ich gehe links rum ich gehe geradeaus wie immer ganz längst ja dann nämlich die steige oder habe ich verpasst warum drin geht es nicht ja tut mir leid meine stege führt hier vorbei aber ich bin hier rechts ab das ist halt der neuer ist vom buch nein er ist vom haus gesprungen und du das springt da wieder hoch ja leute dann dummi dann gute nacht ab ins welchen mit ihr schlaf gut nummi wurde nach so kurz nimm dein geld und sei glücklich so auch noch jemand so ich wollte noch was sein trinken anschenken vor allem ich tue heute vorbildlich wasser trinken oh ja so war ja jetzt gibt ja wieder nur ein ei als er froh dass sie überhaupt zu einem eike das richtig ja ich habe abgenutzte geldkasse da halte ich auch zeichen was habe ich auch abgenutzt die geldkasse ich weiß nicht was ist es ist es ist eine errungenschaft die bedeutet dass du schon sehr dass du 100 100.000 kamura punkte erhalten hast verkaufen kamura punkte oder oder sceni kamura punkte die dinge war ja auch nicht verkaufen also müsste es bei hutz in den nächsten missionen mal passieren ich würde er dann sagen wolf kann das sein dass du vielleicht eine mission bald mehr gemacht hast nein aber ich sammle immer den ganzen scheiß auf an kamura punkte objekt ja gut das kann gut sein so jetzt kann ich das ding nämlich hier bauen jemen verbessern 26.000 dann bin ich halt wieder pleite aber ich möchte das jetzt auslösen habe ich war es mit schlaf glaube ich ne mit eis so wie sieht das aus oh das sieht gut aus weißt du nicht was das für ein instrument sein soll aber es sieht gut aus definitiv moment als das gerade das ist ein das müsste ein horn sein und ein horn sein ja sind die flöte oder auch eine gitarre in die gitarre ist es nicht ich glaube das ist ein horn zum abstellen spieler liste und wie heißt dieses aus kurio kurio was ne kurio eine ahnung weil ich was für den kurios